Willkommen durch die I-Core. Let's play! Legt die Hose ab, die Schuhe, das T-Shirt, nehmt Anlauf und da hilft nur eins, springt. Und selbst das, wie ihr seht, ihr überlebt. Ihr könnt weiterlaufen. Also ich weiß nicht, was hier los ist. Meine Sachen liegen jetzt oben auf dem Dach. Ich bin, keine Ahnung, im Normalfall und ich glaube drei Stockwerke sind das, ja. Ich bin normalerweise tot. Ich blute nicht mal. Und ja, keine Ahnung. Heute könnt ihr spielen, wie ihr wollt. Oh, jetzt bin ich tot. Hurra! Das war's, euer Sterni.